So Leute, wir sind wieder dabei. Let's play Command & Conquer Alarm Stufe Rot 3. Heute wieder mit Kenji als Co-Commander. Excel mag heute nicht mehr, beziehungsweise ist nicht mehr da. Naja, wir haben noch ein paar Missionen vor uns mit den Alliierten und ich würde sagen, wir machen ja gleich mal weiter mit dem nächsten Video. Tolle Show, Commander! Verdammt gute Arbeit! Diese zurückeroberten Zerstörer werden uns bestimmt sehr nützlich sein beim Versenken dieser Inselfestungen. Sir, Premier Schadenko ist in der Leitung. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant, meine Herren. Oberbefehlshaber Bingham, ich wollte Ihnen persönlich danken für all Ihre Mühen, unsere Partnerschaft zum Erfolg zu führen. Sehr nett von Ihnen, aber danken Sie unserem Commander hier. Er leitete den Angriff auf Gibraltar. Ja, auch Ihnen gilt mein Dank, Kommandant. Ich hoffe, Sie waren zufrieden mit Nataschas Beitrag auf dem Schlachtfeld. Sie ist eine unserer Besten. Ja, wir werden Ihre Natascha und jeden Ihrer Männer benötigen für die Zerstörung der schwimmenden Festung im Nordatlantik. Das ist richtig. Viel Glück, meine Herren. Danke. Diese Bedrohung hat den ganzen Schiffsverkehr in der Nordsee lahmgelegt. Aber mit unseren Zerstörern und der Hilfe der Sowjets haben wir vielleicht eine Chance. An die Arbeit, Commander. Etwas wie diese Festung habe ich noch nie gesehen. Niemand hat das. Sie ist eine komplett bewaffnete mobile Stadt und beherrscht alle Wasserstraßen in der Region. Es sieht so aus, dass wir die Taktik ändern müssen. Koordinieren Sie die Angriffe mit der sowjetischen Flotte. Ich weiß, Sie hassen die Zusammenarbeit mit den Sowjets. Aber Field Marshal Bingham ist ein sehr kluger Mann. Ich bin sicher, er weiß, was er tut. Wir haben einen Angriff auf die kaiserliche Flotte in der Nordsee organisiert. Allerdings haben wir noch keine genauen Informationen über die Zusammensetzung. Wir arbeiten bei dieser Operation wieder mit den Sowjets zusammen. Ihr erster Befehl lautet wie folgt. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich hier wieder alles höre. Nicht, dass ich wieder diesen blöden Back drin habe. Die Sowjets. Neues Einsatzziel erhalten. Was sollen wir machen? An Bord dieses Schlachtschiffes sind Informationen über die schwimmende Festung. Schirmen Sie unser Bergungsschiff ab. Ich glaube, ich höre nichts. Und zumindest nichts von dem, was gesagt wird. Eine Einheit wird angegriffen. Ich sehe Sie. Mal sehen, was die so bringt. Mal schauen. Feindliche Flugzeuge nähern sich dem Bergungsschiff. Sie haben hier nichts verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Schönes Gewässer, ha? Ich liebe Tragflächenboote. Mal sehen, was die so bringt. Hey! Verschwindet von hier! Auf geht's! Klingt cool! Sie verderben unseren Ausflug! Wassendecke klaut! Auf geht's! Endliche Einheiten entdeckt. Stört die Wassersysteme! Natürlich, mein Freund. Auf geht's! Zäubern wir die Luft! Einsatz will erreichen. Schönes Gewässer! Daten gesichert. Analyse läuft. Die schwimmende Festung des Reichs befindet sich nah bei Ihnen. Aber Ihre Langstreckenartillerie macht ein Näherkommen unmöglich. Aufklärungsschiffe kreuzen in den Gewässern. Sie müssen diese Schiffe finden und sie versenken. Neues Einsatzzehrer. Erachter Befehle. Okay. Kommander, Spirone können die Geschütze lahmlegen, damit Natascha nahe genug herankommt, um ihn zu verstören. Was solltest du da ein bisschen... Vorsicht, oder? Ich gebe das. Wie sicher! Die kaiserlichen Radarboote ermöglichen der schwimmenden Festung Langstreckenangriffe. Versenken Sie alle Radarboote, auf die Sie stoßen. Ich habe hier ein Radarboot. Versteckt sich hinter Geschützen. Wie ein Kind. Für König und Vaterland. Ziel neutralisiert. Es geht dieser Teil von der Mission relativ einfach, wenn man das in Coop spielt. Wenn der Generator deaktiviert ist. Das zweite Radarboot ist gut abgeschirmt. Wir müssen vorsichtig sein. Nun, da die Radarboote versenkt sind, können unsere MBFs in Position gehen. Die Ingenieure können diese Kraftsacke hacken, um die Abwehrsysteme lahmzulegen. Zerstören Sie sie aber nicht, sonst werden die Japaner misstrauisch. Der Teil ist da leider nicht ganz so einfach. Neues Einsatzziel erhalten. Ich bin soweit. Kein Problem. Neues Bonusziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Ich hole Sie mir. Bin dran. Mach ich. Kein Problem. Geben Sie dem Ingenieur ein Zeichen, wenn er ein Kraftwerk betreten kann. Bahnen Sie den sowjetischen Ingenieuren einen Weg, damit Sie die Kraftwerke hacken können. Nein, da. Ach, der Schaden uns wieder verhört. Aber hallo. Ich hole Sie mir. War das schon alles? Verstanden. Aber hallo. Eine Einheit wird angegriffen. Mach ich. Bin dran. Ich hole Sie mir. Bin unterwegs. Hey du, warte. Mach ich. War das schon alles? Kein Problem. Bin unterwegs. Brücke vor. Sofort. Schnappen wir uns noch einen Generator. Verstanden. Das ist ein Teil des Kästchen da hinten. Mit nur halben Läden. Ist das mir ein bisschen zu riskantiert. Bin unterwegs. Jawohl. Schon Urlaubsreif? Freif. Hey du, warte. Eine Einheit wird angegriffen. Ich hole Sie mir. Alles klar? Sofort. Brücke vor. Mach ich. Noch mehr Geschütze offline. Bin dran. Hey du, warte. Jawohl. Ja. 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 Ich hole mir nur noch schnell die letzte Geldkiste rein. Lassen Sie Tanja tun, was sie am besten kann. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Ich erledige das. So. Jetzt springen wir das Teil in die Luft. Bis dann, Mann. Genug gewartet. Ich bin dran. Das zweite Radarboot ist Fischfutter. Schicken Sie die MBS. Da ist sie. Die schwimmende Festung. So eine große Armee-Einheit habe ich noch nie gesehen. Bitte nähern Sie sich vorsichtig, Sir. Sie ist nach wie vor gefährlich. Schlachtfeld erweitert. Unser Geheimdienst hat die Vorlagen ausgewertet. Die Festung wird über zwei separate Reaktoren mit Energie versorgt. Erobern Sie beide Reaktoren, dann können Sie mit Ihrer Hilfe die Festung zerstören. Neue Einsatzbereit. Neues Einsatzziel erhalten. Haben die auch ein Kraftwerk oder auch ein Reinigung? Nee, sowas haben wir hier noch nicht. Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Wir brauchen einen Brückenkopf, bevor wir Bodentruppen produzieren können. Und... Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ja. Wird gebaut. Ah... Ah, das ist ein Glück. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Direkt. Schöner Tag, dein Ausdruck. Da habe ich garantiert genug Platz. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Und... Ausbildung. Ich hab ja gar nicht keine Stimme mehr! Schießen wir den Feind in die Steinzeit! Deswegen hab ich gleich zwei Kraftwerke gebaut. Ich hab dummerweise nicht eine Super-Reaktion direkt gebaut. Bau abgeschlossen! Feindliche Einheiten entdeckt! Da kommt man her, hier Feindliche Einheiten entdeckt! Gewappt mit! Gewappt mit! Bau abgeschlossen! Neue Bauoption! Luftabwehr! Habt mir gerne die Plammler an mit den Luftabscheibenheiten! Ja! Alter! Erobern Sie mit den Ingenieuren die Reaktoren der Festung! Sie überladen die Kerne, um diese zu destabilisieren! Ich seh mir die Pläne an! Wenn beide Reaktoren gleichzeitig destabilisieren! Ich denke, Ihre Geschütze sind diesem Kampf nicht gewachsen! Sie sollten besser umkehren, solange sie noch können! Mh! Feindliches Gebäude erobert! Unzureichender Mittel Unser Stützpunkt wird angegriffen Alter, also schön Oha Unzureichender Mittel Eine Einheit wird angegriffen Unser Verbildeter wird angegriffen Ihr Trag-Fléchenboot, was liegt dann? Reparatur läuft Ich zeig euch die Gegend Klingt cool, machen wir mal ne kleine Kreuzfahrt Wir haben schwere Verluste Das Oberkommando übermittelt schon einen Notfallplan Wir haben schwere Verluste? Was? Wir haben schwere was? Ich habe habe gerade gesagt, wir haben schwere Verluste Ich liebe ich gar nicht Ja, mir hat's nur ein Tragflächenboot halb zerfetzt und ich glaube ein Multigarner-Geschütz haben sie immer weggehauen. Alles ein Scherfer ist denn? Mhm. Meine Delfine sind noch alle am Leben. Javelin einsatzbereit! Feindliches Gebäude eroberte. Javelin einsatzbereit! Unzureichender Mittel. Jo! Ja, ich war hier immer schon mal runter. Angriff! Hey Mann! Vorwärts! Yo! Der gehört mir! Die kriegen die glaube ich nicht mehr, oder? Bitte? Ach nee. Los, los! Er ist zu weit weg. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Javelin! Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gehen wir! Gehe in Position! Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unzureichender Mittel. Unzureichender Mittel. Präzisionsangriff bereit. Reparatur läuft. Mehr haben die nicht drauf? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ausbildung. Reparatur läuft. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Abgebaut. Bau abgeschlossen. Ach ja. Kann ich jetzt nichts mehr bauen hier. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichender Mittel. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zerstörer ist Einsatz bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Warn auf Behehle. Verstanden? Steuermann. Steuermann. Verstanden? Ich bin getroffen! Beste Schifter Flotte, zerstöre ein Wartestellung! Sie sind in guten Händen, mein Freund. Zerstörer läuft vorm Stapel! Mit den U-Booten kannst du so schnell Verteidigungen aus meiner Nähe wenn du deren Fähigkeiten benutzt. Soll ich mich ein bisschen umbringen? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Beste Schifter Flotte! Unzureichender Mittel!